Bonjour, ich bin der Manfred. Der Manfred, der jeden Donnerstag um 18 Uhr auf die Welpenstunde in den Altripper Hundesportverein geht. Direkt am Rhein. Hey du depperte Franzose, ich hab dir doch gesagt, du sollst ein Song sagen, das am Samstag um 14 Uhr eine Welpenstunde ist. Ja, das sind wir zwei, ein Labra-Labra-Labra-Doodle, ein deutscher Schäferhund und zwei Chihuahua. Also wir freuen uns sehr auf euch, kommt einfach vorbei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.